Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von TheHunter. Es hat lange gedauert, dass ich mal wieder ein Video rausbringe, aber trotzdem hat das geklappt. Ich muss mich nochmal echt entschuldigen für das letzte Video, weil das ist echt scheiße geworden. Außer, dass ich halt diesen Bock da geschossen habe und das Schwein, aber das war nicht gut. Ja, ich habe ein neues Headset, falls man es mitkriegt. Und diesmal sind wir auf Gänse mit den Leon. Ich begrüße Leon. Moin. Und im TS ist noch Fabi Hunter. Ich begrüße Fabi. Hi. Ja, ich würde sagen, wenn wir Wildarm, achso, zu den Waffen noch. Wir haben zum einen die 12G-Armel, die 22er-Pistole und im Inventar haben wir noch die 7mm-Pullpap. Ja, und wenn wir was haben, melden wir uns. Bis dahin. Ja, da sind wir wieder. Ja, komm, komm, Gänse. Ja, und wollen wir? Warte, lass uns nochmal kurz ein bisschen drehen. Okay. Also, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt. Jetzt könnte ich. Fang du an zu schießen. 3, 2, 1. Brauch sauber. Lass mir die letzte. Okay, ich bin, ich bin süß, ich bin süß. Ja, das war schon mal. Ja. So, wa. Ich würde sagen, wenn wir das haben, melden wir uns. Bis dahin. So, dann sollte ich wieder. Und die nächsten Gänse kommen. Ja. Ja. Wir lassen uns dann die Bissphären runterkommen, ne? So. Ja. Aber gleich müssen wir so, wollen wir schießen, oder? Ja, warte. Ah, noch nicht. Warte, warte, warte. Wenn sie jetzt landen so, jetzt landen so. Och, nö. Wir sind mit der 22er Piste geschieden. Da ist ein Bogen dabei. Ey, hör schon wieder welche. Oder, komm, lass uns pfeifen. Okay, warte. Lass uns, ich pfeife an, okay? Ja. Die können wir gut mit der 22er kriegen. Ja, Mann. Wie sauber. Du, ne? Weiß ich nicht. Kann gut sein. Können wir nachher kriegen. Ja. Wir melden uns wieder, wenn du, ne? Und die nächsten Gänse. Leider nur zwei. Jetzt müssen wir mal früher schießen, ne? Ja, es sind nur zwei, ne? Wollen wir? Warte. Ja. Okay, ich schieße. Ja. Ja, wenn wir das haben. Ich bin wieder. Ja, ich bin wieder. Ja, ich bin wieder auf. Und da komm wieder. Ja, ich bin wieder. Wir haben wieder. Ich bin wieder. Ja. Alter, warte. So. Äh. Ja, lass uns erstmal irgendwas zusammen. Und dann lass uns direkt schießen. Okay. Jetzt. Okay. Warte. Ah, hä. Schlecht sich. Okay, ja. ich hab die ganz mehrmals getroffen mit der 22er ja ja wenn wir was haben und mein ganzer PC hängt ach jetzt ist ah fliegen ist natürlich direkt über mich ah scheiße jetzt drehen sie ok ja dann schießt wenn du denkst dies einfach das ist soweit ja egal ich bin links was warte mir ist dann egal lass uns einfach schießen gleich fang du einfach an ok das gar keine aber wir haben immer die gleiche was soll ja 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 ich würde sagen wir müssen auch jetzt landen sie schon wieder lass uns schießen warte lasse den Pfeifen wieder hier oben sind doch noch drei 2 lass die gleich nehmen 3 3 1 ja 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 das lief jetzt ja nicht so toll ja 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 k ja 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 wenn ihr auch die was auch bei den schießen dass du die weil es ist schon weg egal ob in das haben wir uns ja wir haben jetzt wieder aber auch wenn es wird sein geschießen die direkte ab 3 2 Aber wieder die gleiche, ne? Die haben wir auch noch. Warte. Ja, ich melde mich wieder. So, wir sind jetzt fertig und werden jetzt unsere ganzen Gänse einsammeln. Dann wollen wir mal. Ja. So, meine. Fängt doch schon mal gut an. Bei mir auch. Noch mal meine. Mal gucken, war nicht die erste von dir weiter. Ja, bis jetzt nur welche von mir. Ich glaube, du hast ein paar mehr geschossen. Na, Mensch. Du hast ja am Anfang gleich die drei Stücke geschossen. Oh, Leon. Ja, ich hab wieder eine von dir. Hier schwebt ne Gans. Sieht echt schwebelos aus. Sag mal drauf schießen. Oh, hier schwebt auch noch eine bei mir. Aber, konnte ich auch nehmen. So, wo ist noch eine da? Hier noch eine? Äh, ja. Leon. Ich... Ah. Muss mal gucken. Hier bei mir ist noch eine, aber die kann ich nicht aufnehmen. Warte, ich komm. Warte, ich komm. Na, jetzt hier in Platzbuch, ja, mein. Warte, ich komm. Warte, ich komm. Warte, ich komm. Welche kannst du mir auch nehmen? Ähm, da hinten, da steht einer bei mir noch. Hab ja da einen Punkt gemacht. Ah, die kann ich ohne. Okay. Okay. Scheiße. Hier hinten liegt auch noch eine. Ähm, hast du die aufgesammelt, wo wir weit weg geschossen haben? Ja, die liegt hier. Äh, doch. Ja? Und ich hab vorhin schon eine aufgesammelt und die hatte 89 Meter und die hatte 60. Okay. Wir hatten die noch mal von 89 Meter. Äh, das war deine. Ah, okay. Da oben mehr drauf. Ja, das war... Ja, das war... Ja, das war... Ja, das war... Und das war deine. Das war auf jeden Fall deine. Okay. Ich hab da keinen Schuss mehr drauf, ja. Wie viel Meter? Oh, das ist schon mal... Gutes Ergebnis so. Aber du hast auf 62... Körper und Dekap dann auf 100. Ah, jetzt schwebt dann nicht egal. 150, dann heißt es. Und da hinten, da ganz hinten, hier, hier, 16 Punkt. Hier müsst ihr eigentlich auch noch innen liegen. Hier, ich glaube, eingesammelt. Ja. Ja. Aber das kann sein, das kann nicht gut sein. Ah, dann hast du die eingesammelt. Ja. Dann würde ich sagen, das nächste Video wird bald rauskommen wieder. Und ja, an alle, was man erzählt. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.